Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen bei Phantom Doctrine. Ich hoffe ich habe das richtige Mikrofon eingestellt, sonst wird es nämlich gleich ganz böse, wenn ich nochmal das Spiel starte im Moment. Ah, ich mache jetzt ein Save-Game nochmal separat, dann kann nichts schiefgehen. So, ja die Gefahr entdeckt zu werden, ist klar, aktive Beheuterzelle steigt aber gerade nicht alles in Ordnung. Wir installieren gerade den Marquise-Apparat. War ja ein paar Tage still, weil ich ja krank war, deshalb starten jetzt die Let's Plays nacheinander, damit ich nicht so jetzt diese volle Last an Stress habe, indem ich sechs Spiele an einem Tag wieder veröffentliche und dann nicht so im Flow drin bin. Das ist nämlich auch gar nicht mal so einfach, immer zwischen so vielen Spielen zu wechseln und deshalb alles nach und nach. So, neue Informationen. Ich glaube, wir haben jetzt für, ne für die Akte haben wir nicht genug. Da fehlen noch zwei Akten für die anderen beiden. Also weiter. Kontroll-Phrase setzen wir ein. Wir haben... Ah, links oben ist eine Aktion. Da kommen wir aber recht schnell hin vom Panana-Kanal her. Äh, durch den Marquise-Apparat haben wir eine weitere Signalstelle. persönliche Geschichte. Vor vielen Jahren war Hitch in einer kriminellen Bande. Sie hat sich irgendwann aufgelöst, aber die ehemaligen Mitglieder wollen nicht noch mal ein letztes Ding drehen. Er hat sich der Kabale aus Überzeugung angeschlossen und geschworen, seinen Anteil mit uns zu teilen. Na, hau doch ab. Er sollte in einigen Tagen wieder da sein. Dann ist das halt so. Der kann auch einfach hier unsere Geldflut... Äh, mein Gott. Unsere Geldfälscher-Maschine benutzen. Irgendjemand, der einen Bonus hat dafür? Nein. So, Maverick, äh... Ne, da nehmen wir Bast. Und für den zweiten Slot nehmen wir... Cäsar. Sollen wir 20 Stunden warten, bis der Apparat was Neues findet? Houston. Managua. Oh, so alles... Verstecktechnisch ist alles Mist. Wir greifen die Kommandozentrale an. Und warum ist Lampster noch verwundet? Deadpan ist auch verwundet. Ah, nein! Ich wollte zurück, nicht Mission starten. Shit. Ja, kann ich jetzt eigentlich da wieder einladen. Wann war das jetzt hier? Ach, zwei Stunden bevor der Apparat installiert ist. Äh, tut mir leid. Ich bin nicht ganz auf der Höhe. Ich hab auch schon meinen Kaffee hier stehen. Deshalb, es wird besser. So, der Kaffee schmeckt komisch. Mh... So, Fernmeldeeinrichtung. Ach, Hitch ist eigentlich gut für Fernmelde. Arbeit. 14 Stunden braucht er nämlich nur. Ich weiß, ich hab jetzt andere eingesetzt dafür. Mal eben kurz gucken in der Werkstatt. Personenlokalisierung. Interpool-Kontakt. Reduziert den Fahndungsdruck auf Agenten. Fehlalarme reduzieren. Zwei weitere Plätze in der Krankenstation brauche ich nicht. An sich wäre mal was cool, wo die Krankenstation besser wird. Ein weiterer Platz im Labor. So, nehmt das ruhig. So, mach keinen letzten Raubüberfall. Also, du kriegst den Bonus und dafür bleibst du im Analysezentrum. Der braucht nämlich nicht so lange wie die anderen. Ich weiß, manchmal klicke ich die gleichen mehrfach an. Die 1, also beziehungsweise Hitch kann theoretisch noch was kriegen. Aber Hitch muss jetzt erstmal da bleiben, wo er ist. Neue Identitäten. Später. Training freigeschaltet. Krieg, äh, Kriegseinsätze. TPK und TT vernetzt. Falls haktische Aufklärung abgeschlossen wurde, wurden... Wir werden beim Deaktivieren einer einzelnen Kamera- oder Laserstromquelle alle deaktiviert. Hm, das ist ziemlich cool für jemanden, der dann mit Tarnung reingeht. Ah, da haben wir nicht rechtzeitig die Information bekommen. Dass da eine Aufklärung ist, deshalb müssen wir jetzt nackt da rein. So, dir geben wir erstmal eine neue Identität. Und ab die Post. Kanasta ist okay, wenn du gehst. Mit der TKB. Spinner. Du kannst gerne mit dem 45er und dem Schalldämpfer da hin. Achso, das ist schon die nächst bessere. Die M12 ist, äh, bisschen besser vom Schaden. So, nimmst du noch eine Weste. Ganz gerne Blendgranate mitnehmen. Wo ist sie? Meine Güte, wo bist du da, Spinner? Dass sie die ausblenden, weil die nicht verfügbar sind. Weil die im taktischen Einsatzteam sind. Die sind in dem taktischen Einsatzteam drin. Wo sie gerade unterwegs sind, mit. Deshalb finde ich das ein bisschen blödsinnig. So, leider keine Tarnung. Wir haben nämlich nichts. Wir müssen einfach reingehen. Er versucht aktiv, unsere Kommandozentrale aufzuspüren. Okay. Oh, ich sehe schon eine Laserbarriere. Und meine Lippen sind eingeölt. Zu viele Informationen, ich weiß. Aber... So ist das gerade. Weil ich den Bart eingeölt habe. Warum ölt man seinen Bart ein? Weil ist so. Wir warten einfach mal eine Runde und gucken, wo die Wache hinläuft. Weil wenn der Agent anfängt, sich zu bewegen, ist das gar nicht mal so schlimm auf der Karte hier. Der geht weiter darüber. Ja, dann erschießt den. Gehst du rüber und wartest da. Mächster Runde machen wir die Leiche dann weg. Und versuchen, ja... Irgendwo eine Steuerung zu finden. Hier ist schon mal keine drin. Hier rum scheint irgendein Wachmann zu sein. Also erstmal außenrum weiter. Vielleicht kommen... Ja, wir können... Vielleicht können wir den Agenten hier rauslocken. Mein Gott. Deutsch. Das wäre bedeutend einfacher, als jetzt hier alles absuchen. Mal eben reinschauen. Ist da oben irgendwas? Guck, guck, guck. Erstmal nix. Und der läuft weiter nach Norden. Es scheint nämlich eine Lagerhalle zu sein mit einem Mittelgang. Und da ist eine Kamerasteuerung. Das ist ein Sniper. Oh, der steht unten. Das ist ein Sniper. Kamera muss auf jeden Fall weg. Ach, der steht unten im Raum. Der steht gar nicht oben. Er hat geschossen. Ich weiß, dass du irgendwo dahinter bist. Oh, wer bist du denn? Auch ein einfacher Zivilist. Ich kann mal so ausschalten. Check den Scheiß-Kassett. Äh, Kanester. Cassandra. Wie komme ich jetzt auf Cassandra? Dann haben wir hier direkt Daten. Und da oben ist noch ein kleiner Tresor. So. Auch ein Zivilist nur. Na super. Aber ich sehe den Wachmann nicht mehr. Der auch irgendwo hier hinten sein sollte. Das Problem ist immer, jeder Zivilist, ne? Der sieht erstmal so aus wie ein Agent. Geh mal hier auf die Seite. Dann gucken wir kurz rein. Machen wir direkt wieder zu. Hier kommt die Kati irgendwie bekannt vor. Da war auch vorhin dieser Sniper, ja. Okay, scheint so, als wenn ich wirklich an ihn rankomme. Da ist ein Save. Der Sniper kommt jetzt wieder in unsere Richtung. Oh, oh. Oh, oh. Na komm, mach es. Ah, da hinten steht noch eine Wache. Ja, vorbeigeschlichen. Äh, warum ist die Scheibe hier kaputt? Das muss schon vorher so gewesen sein. Oh nein, er bewegt sich gerade raus, ey. Ah, sehr schön, Cassandra. Du bist ausgewichen. Komm, eine Leiche wurde gefunden. Die habe ich gerade erschossen. Da hätte ich mal draußen nicht die Leute erschossen. Komm mal mit. Du siehst so nett aus, deshalb nehmen wir dich mit nach Hause. So, Evakuierung da oben. Regeln da hin, wo wir, äh, am Anfang waren. Und er kann zu Kanaster aufschließen. Sie. Frauen wollen auch E-Männer sein. Laut dem Feminasi-Buch, was ich lese, wollen Frauen einfach nur aus ihnen Penis weggefühlt. Und das ist sehr irritierend. Oh nein. Ist auch nicht, der kann mich von da aus treffen. Weil es wäre nämlich richtig schlecht, weil das ist nämlich einer mit einem Scharfschützengewehr. Und der haut ordentlich rein. Weil möchte sich Spinner für uns alle opfern. Oh nein. Ready to kick ass. Hmm. Hm. Du hast eine Blendgranate dabei. Jetzt kannst du auch deine Automatikwaffe benutzen. 400 EP. Bam. Hopp mal, dass die Verstärkung nicht von links unten kommt. Fallen lassen. Wer kommt denn da? Ach so, der Zivilist. Hilfe, Hilfe. Ich habe keine Waffe. Ach, der ist auch noch so unendlich langsam. So, Mobilitätsbonus. Aber er ist für nächste Runde, oder? Ne, ist schon für jetzt. Alles klar. Uah. Das ist ja auch ein Sniper. Aber dank Schadensbonus können wir ihn direkt ausschalten. Schönes Werfkön, ey. Oh, es flackiert mich. Hey! Flying in ways. Oh! 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 Was solltet ihr? Ready to kick ass! Ach, wenn ich daran denke, wir waren am Anfang immer so total abgestorben, gefuckt. Wir waren einfach immer schnell tot. Da halten die jetzt inzwischen wirklich gut was aus. Ach, der hat da auch Anstrengungen machen können. Der ist nicht irgendein total beschissen. Ich meine, ich sollte nicht in meinen Bart packen, während der eingeölt ist. Aber in letzter Zeit kommen mir der Bart sehr hart vor. Deshalb habe ich mich entschieden, mal dieses Bartöl zu verwenden. Was bei meinem Bartschneideset dabei war. Und an sich fühlt sich das wirklich besser an später. Nicht nur eigentlich, es ist halt so. Ach, jetzt schräg ich doch nicht so auf. So, Evakuierung, haut ab. Lief nicht so gut. Vor allem sind wir enttarnt worden. Stick a fork in us. So, Ausrüstung bekommen. Und Schocktaktiken freigeschaltet. Stufe 4. Neue Vorteile. Neues Training. Schnelleres Nachladen. Mehr Max... Äh, mehr... Mein Gott. Mehr Wachsamkeit. Einfache Schüsse führen nicht mehr zum Ende des Zuges. Das ist eigentlich auch eine ziemlich praktische Sache. Schnellere Erholung. Hm, das wäre sogar gerade gar nicht mal schlecht. Weil ich glaube, Spinner hat nämlich gerade ziemlich viel kassiert. Alles andere brauche ich Geld, was ich nicht habe. Weil meine Organisation ein armer Schlucker ist. Und jetzt haben wir auch noch das Problem, dass wir diesen wundervollen Gefangenen haben. Der auch noch versorgt werden muss. Als zeige ich meine Anerkennung unserer gemeinsamen Geschäfte, biete ich ihnen die Dienste von Hongkongs besten freiberuflichen Agenten an. Ihr Honorar wurde bezahlt und ich denke, sie werden ihre Fähigkeiten sehr nützlich finden. Nachricht von Taipan. Das ist alles? Behört mal die Nadel. Ja, Matchbox wurde aufgedeckt. Super. Kontrollphrase wurde eingerichtet. Also lassen wir dich frei. Hm, Wehrschalldämpfer. Blaupause. Achso, Gewehr. Mein Gott, der Text ist zu lang. Achso, der macht weniger Minusschaden. Minus 4 anstatt Minus 6. Vor allem das Giftgas ist doch eine fiese Nummer, ey. Ich habe es bis jetzt noch nicht entwickelt, weil ich dachte so, mir gehen halt einfach die ganzen Zivilisten dann auch drauf, ne? So, die Interpol-Kontakte werden mir ja auch helfen, um das Fahndungslevel schneller zu reduzieren. Und jetzt müssen wir leider schon breaken, weil die Zeit schon rum ist. So, es war ein bisschen schwerer, häufiger Startbieter, aber jetzt geht es halt die nächsten Tage ganz gewohnt weiter. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Imperator. Hm, Acryl, heiß. Und jetzt geht's. Ch